An jedem Morgen solltest du bedenken, was dir geschehen kann, und an jedem Abend, was geschehen ist. Die Stoiker wussten, die tägliche Reflexion ist ein Weg zur inneren Stärke. Jeden Tag den eigenen Geist zu ordnen, bedeutet, dem Leben mit Klarheit und Gelassenheit zu begegnen. Doch wo beginnt diese Reise? Sie beginnt bei dir, beim Nachdenken über deine Handlungen, deine Gedanken, deine Reaktionen. Im Licht der eigenen Wahrheit erkennst du, wie du dich selbst besser lenken kannst. Ein stoisches Tagebuch ist mehr als eine Routine. Es ist der Schlüssel zu einem klaren Geist und einem ruhigen Herzen. Bist du bereit, diese Reise anzutreten? Willkommen bei Stoische Zeiten. Dein Kanal für mehr Gelassenheit, Selbstkontrolle und Lebensglück. Abonniere uns jetzt und aktiviere die Glocke für noch mehr lebensbereichernde Inhalte. Schreibe jetzt bitte Tagebuch oder ein kurzes Feedback in die Kommentare und schaue auch gerne in unserem Shop auf stoischezeiten.de vorbei. Danke. Noch bevor die Welt erwacht, bevor die Geräusche des Tages deine Gedanken überfluten, liegt ein Moment der Stille. Genau hier beginnt dein Tag. Nicht mit Hektik, nicht mit To-Do-Listen, sondern mit Klarheit. Ein Stoiker weiß, dass der Morgen die Weichen stellt, nicht für das, was geschieht, sondern für die Art, wie du es annimmst. Der erste Atemzug in dieser Stille ist ein Zeichen. Es erinnert dich daran, dass du die Kontrolle hast. Nicht über alles, aber über deine Reaktion. Du bereitest deinen Geist vor, nimmst dir einen Moment, um über die Hindernisse des Tages nachzudenken. Du weißt, dass Störungen kommen werden, Menschen werden dich verärgern, Pläne werden scheitern, das Unerwartete wird eintreten. Doch an diesem Morgen entscheidest du. Diese Dinge werden meine Ruhe nicht stören. Du bereitest dich mental vor, sie als Teil des Weges zu akzeptieren. Im Licht der Morgendämmerung stellst du dir eine entscheidende Frage. Was ist wirklich in meiner Kontrolle? Diese Frage leitet deinen Fokus. Du schaffst Klarheit, indem du erkennst, dass die meisten Dinge, die passieren, außerhalb deines Einflusses liegen. Aber wie du darauf reagierst, liegt in deiner Hand. Dieser Moment des Innehaltens schenkt dir die Ruhe, die du den ganzen Tag über mit dir trägst. Du reflektierst bereits am Morgen, bevor die Hektik dich erreicht. Und genau das gibt dir die Gelassenheit eines Stoikers. Während andere blind in den Tag stolpern, nimmst du ihn mit Bedacht an. Jeder Tag beginnt mit einer Entscheidung. Willst du auf äußere Umstände reagieren oder willst du sie überblicken, vorbereitet und ruhig? Der Morgen ist der Anfang dieser Entscheidung. Und wenn du ihn nutzt, schaffst du die Grundlage für einen Tag voller Klarheit und Fokus. Kapitel 2 Der Abend – Bilanz ziehen und lernen Wenn die Nacht hereinbricht, wird die Welt leise und in dieser Stille liegt eine besondere Macht. Der Abend gibt dir die Möglichkeit, alles, was der Tag gebracht hat, mit Abstand zu betrachten. Ein Stoiker nutzt diese Zeit, um über seine Handlungen, Gedanken und Emotionen nachzudenken. Es ist ein Ritual der Selbstprüfung, das dazu dient, aus jedem Moment zu lernen. Sich hinzusetzen, in Ruhe und die Ereignisse des Tages durchzugehen, ist wie ein Gespräch mit sich selbst. Hast du auf Dinge reagiert, die du nicht kontrollieren konntest? Haben dich Emotionen wie Wut oder Frustration überwältigt? Der Abend bietet die perfekte Gelegenheit, dies zu reflektieren. Statt Vorwürfe zu machen, nutzt du die Reflexion als Werkzeug, um deine innere Stärke zu kultivieren. Du erkennst, wo du dich verbessern kannst, aber auch, wo du bereits Fortschritte gemacht hast. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern bewusst. Indem du jeden Abend einen Moment innehältst und über deinen Tag nachdenkst, wirst du schrittweise gelassener. Denn du lernst, was wirklich wichtig ist und was nicht. Du siehst klarer, wie du auf die Herausforderungen des Lebens reagierst. Frage dich, was habe ich heute gut gemacht? Wo bin ich vom Weg abgekommen? Diese einfachen Fragen lenken deinen Geist auf das, was zählt. Es ist, als würdest du ein Gleichgewicht zwischen der Welt und deinem inneren Frieden schaffen. Am Ende jedes Tages solltest du erkennen, dass du stets die Wahl hattest, wie du reagierst. Diese Erkenntnis gibt dir Macht über dein eigenes Leben. Denn wenn du aus deinen Fehlern lernst und deine Erfolge anerkennst, baust du eine Basis für einen besseren Morgen. Der Abend wird so zu einem Moment der Klarheit und der Stärkung. Er ist die Brücke, die den Weg in einen neuen, bewussteren Tag ebnet. Kapitel 3 Emotionen und Gelassenheit im Blick behalten Emotionen sind mächtige Kräfte. Sie können dich antreiben, aber sie können dich auch überwältigen. Ein Stoiker weiß, dass das, was im Inneren geschieht, oft wichtiger ist als das, was im Außen passiert. Deine Emotionen sind nicht deine Feinde, aber sie brauchen Führung. Ohne Kontrolle reißen sie dich mit, wie ein Sturm das Meer aufwühlt. Doch genau hier setzt der Stoizismus an. Statt gegen die eigenen Gefühle zu kämpfen, geht es darum, sie zu verstehen und zu lenken. Der Schlüssel liegt in der täglichen Reflexion. Wenn du dir jeden Tag die Zeit nimmst, über deine Reaktionen nachzudenken, wirst du feststellen, dass viele deiner Emotionen aus falschen Erwartungen resultieren. Du hast dich über eine Situation geärgert, weil sie nicht deinen Vorstellungen entsprach. Aber wie oft liegen diese Erwartungen tatsächlich in deiner Kontrolle? Ein Stoiker schaut auf seine Emotionen wie auf Wolken am Himmel. Sie ziehen vorüber, kommen und gehen. Indem du lernst, dich von deinen Gefühlen nicht mitreißen zu lassen, gewinnst du die Freiheit, bewusst zu handeln. Das bedeutet nicht, dass du keine Emotionen haben sollst. Im Gegenteil. Doch es geht darum, ihnen nicht die Macht zu geben, deine Handlungen zu bestimmen. Stell dir vor, du erlebst eine stressige Situation. Ein Streit, eine schlechte Nachricht. In diesem Moment steigen die Emotionen hoch und du fühlst dich von ihnen überwältigt. Aber anstatt impulsiv zu reagieren, hältst du inne. Du fragst dich, liegt dies in meiner Kontrolle? Diese einfache Frage schafft einen Raum zwischen dir und der Emotion. In diesem Raum findest du Klarheit. Tägliches Reflektieren über deine emotionalen Reaktionen lässt dich mit der Zeit erkennen, dass viele der Dinge, die dich aufwühlen, unwichtig sind. Je öfter du dich daran erinnerst, desto ruhiger wirst du. Und mit dieser Ruhe kommt die Fähigkeit, in jeder Situation gelassen zu bleiben, unabhängig vom Chaos um dich herum. Diese Gelassenheit ist nicht angeboren, sie wird durch tägliche Praxis geformt. Im Leben gibt es zwei grundlegende Wahrheiten. Es gibt Dinge, die du beeinflussen kannst und solche, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Ein Stoiker erkennt diese Trennung klar und richtet seinen Fokus ausschließlich auf das, was er lenken kann. Denn wer sich über das Unkontrollierbare sorgt, verschwendet seine Energie. Jeden Tag wirst du mit Entscheidungen, Ereignissen und Herausforderungen konfrontiert. Doch wie oft hast du dich schon auf Dinge konzentriert, die du nicht ändern kannst? Vielleicht hast du dich über das Verhalten anderer geärgert oder über Umstände, die sich deiner Macht entziehen. Wenn die Antwort Nein lautet, dann liegt die Lösung darin, loszulassen. So einfach dieser Gedanke klingt, so tiefgreifend ist seine Wirkung. Denn sobald du deine Energie auf das lenkst, was in deiner Macht steht, deine Gedanken, deine Handlungen, deine Reaktionen, wirst du spüren, wie sich dein Leben verändert. Ein Beispiel. Ein plötzlicher Regenschauer überrascht dich auf dem Weg zur Arbeit. Du könntest dich ärgern, doch was bringt es? Der Regen ist nicht in deiner Macht. Was aber in deiner Kontrolle liegt, ist deine Reaktion darauf. Statt dich aufzuregen, kannst du den Moment annehmen und ruhig weitermachen. Diese Art zu denken erfordert Übung. Es ist eine tägliche Reflexion, die dir hilft, die wichtigen Dinge von den Unwichtigen zu trennen. Jeder Tag ist eine Gelegenheit, diese Unterscheidung zu schärfen. Beginne mit kleinen Fragen. Liegen diese Worte, diese Handlungen, diese Ereignisse in meiner Kontrolle? Du wirst erstaunt sein, wie oft die Antwort Nein lautet. In der stoischen Philosophie liegt Freiheit in der Akzeptanz dessen, was außerhalb deiner Macht liegt. Indem du dich auf das konzentrierst, was du wirklich beeinflussen kannst, wirst du innere Ruhe finden. Eine Ruhe, die dich durch jede Herausforderung trägt. Kapitel 5 Die Macht der kleinen Fortschritte Große Erfolge entstehen nicht über Nacht. Jeder Fortschritt beginnt mit einem kleinen Schritt. Ein Stoiker versteht, dass Veränderung oft unsichtbar ist, während sie geschieht. Es sind die leisen, täglichen Bemühungen, die langfristig eine enorme Wirkung entfalten. Viele Menschen suchen nach schnellen Ergebnissen und lassen sich entmutigen, wenn sie diese nicht sofort sehen. Doch wahre Stärke liegt im beständigen Fortschritt, auch wenn er im Moment kaum spürbar ist. Jedes Mal, wenn du dich einer Herausforderung stellst, machst du einen kleinen Schritt nach vorne. Und diese Schritte summieren sich zu einem gewaltigen Wandel. Ein Stoiker vergleicht das Leben oft mit einem großen Marmorblock. Jede kleine Tat, jede Überlegung und Reflexion ist wie ein Meißelschlag, der den Stein formt. Zu Beginn sieht man nur die rohen Kanten, aber nach und nach wird eine klare Form sichtbar. So verhält es sich auch mit deinem Charakter, deinen Fähigkeiten und deinem Geist. Mit jeder bewussten Handlung näherst du dich dem, was du sein willst. Es ist leicht, ungeduldig zu werden. Vielleicht merkst du nicht sofort die Auswirkungen deiner Bemühungen, aber hier liegt die wahre Herausforderung. Geduld zu haben und den Prozess zu vertrauen. Die täglichen, scheinbar kleinen Schritte sind es, die auf lange Sicht den Unterschied machen. Genau hier findest du die wahre Macht. Erinnere dich daran, dass das Ergebnis nicht sofort sichtbar sein muss, um real zu sein. Es wächst, Schritt für Schritt, während du jeden Tag daran arbeitest. Die stoische Praxis ermutigt dich, jeden Tag zu reflektieren, um zu erkennen, wo du Fortschritte gemacht hast. Egal, wie klein sie erscheinen. Jeder Moment der Selbstdisziplin, jedes bewusste Handeln bringt dich deinem Ziel näher. Also frage dich jeden Abend, welchen Schritt bin ich heute gegangen? Wenn du das Vertrauen in diese kleinen Schritte entwickelst, wirst du erstaunt sein, wie weit du bereits gekommen bist. Kapitel 6 Hindernisse als Chancen betrachten Das Leben wird dir Hindernisse in den Weg legen. Doch ein Stoiker sieht in jedem dieser Hindernisse eine verborgene Chance. Was auf den ersten Blick wie ein Rückschlag aussieht, ist in Wahrheit ein Prüfstein für deinen Charakter und deine Entschlossenheit. Jedes Hindernis ist eine Gelegenheit zu wachsen und deine innere Stärke zu beweisen. Wenn du auf ein Problem triffst, wie reagierst du? Viele Menschen lassen sich von Herausforderungen überwältigen. Sie sehen nur den Block, der ihnen den Weg versperrt, und verzweifeln. Doch ein Stoiker bleibt ruhig. Er erkennt, dass das Hindernis selbst der Weg ist. Das, was mich aufhält, wird mich weiterbringen, denkt er. Nehmen wir ein alltägliches Beispiel. Du verlierst deinen Job. Die meisten Menschen würden in diesem Moment von Sorgen erdrückt werden. Doch die stoische Haltung lehrt, dass jede Veränderung, selbst die unangenehmste, Potenzial in sich trägt. Was kannst du daraus lernen? Welche neuen Wege öffnen sich dir? Oft liegt genau hinter den größten Herausforderungen die Chance auf ein Neubeginn oder ein tiefgreifendes Wachstum. Das bedeutet nicht, dass Hindernisse leicht zu bewältigen sind. Doch es bedeutet, dass du dich ihnen mit einem klaren Kopf und einem offenen Herzen stellen kannst. Denn in jedem Rückschlag liegt eine Lektion, die dir mehr über dich selbst und das Leben beibringt. Es geht darum, deine Perspektive zu ändern. Nicht, warum passiert mir das, sondern, was kann ich daraus machen? Ein Stoiker sieht das Leben nicht als etwas, das reibungslos verläuft. Vielmehr ist er darauf vorbereitet, dass Schwierigkeiten auftreten werden. Und er weiß, dass er die Kraft hat, jede Herausforderung zu meistern. Nicht, weil er perfekt ist, sondern weil er bereit ist, von jedem Hindernis zu lernen. Beginne also, jedes Problem, dem du begegnest, als ein Sprungbrett zu betrachten. Sei es ein Fehler, eine Ablehnung oder ein Verlust. Es sind genau diese Momente, die dich formen. Wer Hindernisse nicht als Blockaden, sondern als Gelegenheiten sieht, findet immer einen Weg. Kapitel 7 Langfristige Klarheit durch ständige Wiederholung Große Veränderungen entstehen durch beständige kleine Taten. Ein Stoiker weiß, dass die Kraft der Wiederholung der Schlüssel zu tiefgreifendem Wandel ist. Jeden Tag beginnt der Prozess von Neuem. Und darin liegt die wahre Stärke. Nicht die große, einmalige Entscheidung prägt das Leben, sondern die tägliche Praxis. Die stoische Reflexion funktioniert genauso. Es ist die ständige Wiederholung, die dir langfristig Klarheit und inneren Frieden schenkt. Jeden Morgen und Abend kehrst du zu dir zurück, überdenkst deine Handlungen, erkennst deine Fortschritte und lernst aus deinen Fehlern. Dieser Prozess ist nie abgeschlossen, denn das Leben selbst ist ein ständiger Fluss. Viele Menschen sind auf der Suche nach schnellen Ergebnissen. Sie erwarten, dass sie nach wenigen Tagen Reflexion plötzlich die Antworten auf alle ihre Fragen haben. Doch die Wahrheit ist, der Weg zur Klarheit ist ein stetiger, ruhiger Prozess. Jeden Tag ein bisschen besser, jeden Tag ein bisschen klarer. Es gibt keine Abkürzungen. Stell dir das Bild eines Tropfens vor, der immer wieder auf den gleichen Stein fällt. Zunächst scheint er kaum etwas zu bewirken, doch mit der Zeit gräbt er sich tiefer und tiefer ein. So verhält es sich mit der täglichen Reflexion. Zu Beginn sind die Fortschritte vielleicht kaum sichtbar, doch mit Geduld und Beständigkeit wirst du bemerken, dass dein Geist ruhiger wird, deine Entscheidungen klarer und dein Leben fokussierter. Es geht nicht darum, irgendwann fertig zu sein, sondern darum, die tägliche Praxis zu einem festen Bestandteil deines Lebens zu machen. Die größte Klarheit kommt oft dann, wenn du aufhörst, sie verzweifelt zu suchen und stattdessen den Prozess des täglichen Reflektierens annimmst. In der Wiederholung liegt die Macht. Jeder Tag bietet dir eine neue Gelegenheit, dich selbst zu verstehen, deine Gedanken zu ordnen und die Richtung deines Lebens bewusst zu lenken. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du feststellen, dass die Antworten, die du suchst, nicht in der Ferne liegen. Sie waren immer schon in dir. Schlussgedanken Der Weg der täglichen Reflexion führt nicht zu einem endgültigen Ziel, sondern zu tieferem Verständnis. Jeder Morgen und jeder Abend bieten dir die Chance, Klarheit zu finden und über deine Handlungen nachzudenken. Diese Praxis macht dich nicht nur ruhiger, sondern auch bewusster in deinem Leben. Die stoische Weisheit zeigt dir, dass Veränderung in der Beständigkeit liegt, in den kleinen Schritten, die du täglich gehst. Indem du deine Gedanken lenkst, findest du Frieden, wo andere Unruhe sehen. Wir haben eure wertvollen Rückmeldungen gehört und genutzt, um das Tagebuch eines Stoikers noch besser zu machen. Mit neuen Funktionen und einer optimierten Struktur bieten wir dir jetzt ein noch tieferes und gezielteres Erlebnis für deine tägliche stoische Reflexion. Es erscheint Anfang November und ihr könnt euch jetzt für unseren Stoischen Newsletter anmelden, um kurz vorher einen Gutschein und weitere Stoische Impulse geschickt zu bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Stoische Zeiten. Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Stoische Zeiten. Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Stoische Zeiten.